So, also das Silberne... Was für ein Ohr-Eisch? Ah... Schmeckt wie Ratenpisse, oder? Mataschitz! Mataschitz! Mataschitz, verstehst? Warte, mitsch! Ach, was ist denn da drinnen? Ja, Pipi! Nein, nein, nein! Anis, oder... Harnis? Schwarzenegger? Nein, oder... Irgendwas ist da drinnen, was euch schmeckt. Irgendwas... Du hast nix mit Limit jetzt drunter. 1,4, du... The Walking Dead, oder Modern Warfare? Man weiß es nicht. Liberators! Mit Danny und mit Tom. Was macht jetzt der Lehrer? Analyse! Wir wissen... Wir haben zwei Gruppen. Eine Gruppe... Da kennt die Clem schon den Kenny, von früher. Ja. Und eine, die es jetzt kennengelernt, wobei nur der Luke Levin ist. Der Nick hat ein bisschen Probleme, obwohl er jetzt Reue empfindet, was ein gutes Zeichen vom Charakter ist. Weil er weiß, dass er Scheiß war, dass er bald hat. Problem mit der Sache... Der abgeknallte Typ ist anscheinend der homosexuelle Freund von unserem Koch. Lehrer, Freund, was auch immer. Der Modern Warfare, ja. Der hat jetzt das Mist entdeckt, das wir dort gestohlen haben. Schauen wir mal, wie er reagiert. Schauen wir uns an, wie es jetzt weitergeht. Vor allem, wir können nicht einmal beichten. Das stimmt. Er weiß, was er weiß. Er weiß, was er ja. Er weiß, was er weiß. Sie sind kreif. Ich weiß, dass er tot ist. Wer hat das gemacht? War es das Kind? Was ist das Name? Nick? Ich hörte ihn vor kurzem zu sprechen. Ich kann ihn sehen. Ich kann ihn sehen. Ich kann ihn sehen. Wir waren dann, aber jetzt? Es war uns. Es war unsere Schuld. Jesus. Ich... Ich fühle mich nicht gut. Nick hat ihn. Was ist es, Guelchen? Ich wollte mich nicht dazu machen. Das war's von mir! Ist Nick ein guter Mann? Oder ist er einfach alles wie andere? Er ist ein guter Mann. Und mein Kind ist ein schlechtes Mann. Er ist ja guter Mann, Walter. Er war immer alleine. Ich sagte ihm, dass das so etwas passieren würde, aber er würde nicht hören. No, Maddow ist der beste. Was ist passiert? Du musst ihn erzählen. Was? Was passiert auf der Brücke? Was ist passiert? 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 Von der Nähe, es sah wie jemand. Ich dachte, er würde mich schütten meine Freunde. Und ich schüttelte Matthew. Aber es war sehr schnell. Ich wusste nicht, ob ich ihn sah, aber ich war. Und ich wollte nicht. Ich wusste nicht, was du für mich getan hast. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Kein Penisfechten. Ich seh noch nicht aus. Herr Kiri, oder was? Along the street, not across. Ich bin auf dem Bahnsee. Ich wiff es weg. Pass. Das Haus hält jetzt ab, oder was? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich glaube nicht. Ja. Wenn es jetzt gar ein Deloria mit einem Blitz versorgen wird. Ja. Ja. Ich lerne an viel zu helfen. Das Geräusch wird aus Kontrollen. Das Geräusch wird von Walkern ziehen. Wir müssen es jetzt aufhören. Hier, hilf mir. Die Schäden. Schäden? Die Schäden. Das Ding ist eine verdammte DINNER-Belle. Was ist gut gemacht? Ja, das ist ein durchgehendes Geräusch. Was zur Hölle zu tun? Verdammt. Der Transformer muss gehen! Ich muss es checken. Ich könnte eine Hand nutzen. Ich gehe mit dir. Ich werde dich mitnehmen! Nein! Es ist zu gefährlich! Reste! Geh das Ding! Schau ihn runter! Ich würde gar nicht weggehen von dem... ...generell... ...atmen wird halt manchmal... Wann weiß jemand, wie das zu tun? Ja... Ich bin ein geprüfter... ...elekt der Arker, oder? Ja... Mit der Lanze! Im Fernsteht bin ich mit der Lanze genommen! Ja... Ja... Ja, die kleine... Zünd dich mal jetzt an da, alles! Kann nie schaden! Nein, Nodaos, Nodaos! Ja, diese muss mit dem Schlüssel einstecken! Entschuldigung, sage Nodaos, Schlüssel! Du hast nicht den Starkstrom drüber gemacht! Nein, leider! Ich bin nur zertifiziert, ich hab sonst keine Ahnung! Was ist... ...ich hat das hier gewählt? Ja... Ja... Warte, Blut! Du hast die Nacht! Ich bin nicht so verschwindet, ich muss mich alle nicht erschrecken. Bitte! Ich will die Weipen so rein. Da ist dann gebraucht man deine Ampus und du. Das ist das Beste. Das Verschießen. Du musst den Zeilen auch mit punkten. Boah. Du musst viel Ricker nicht halten. Ja, das ist ja nicht log. Ich weiß nicht, wie soll ich spritzen? Boah. Du musst das tun. Jetzt hat man hier eine Oggle. Tja. Das war's, ne? Ja. Da geht's auch. Da geht's auch, ne? Uuuuuh. Da dritte ein Gewehr drauf. Jetzt kommt alles zu Fuß gleich. Ja, und das Gewehr nicht? Ja, das brauchen wir nicht. Gewehr ist overrated. Das muss raus, wenn ich. Ah, das ist gut raus zu sein. Also für uns hat sie das da lassen. Ja, weil sie das kann, ne? Ja, wenn du das drückst, kann sie das auch. Ja. 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 Das hat ein bisschen mehr Bums als die Pufen. Doch, nichts. Feier oder Pufen? Aha. Der Schießler. Der Schusswaffe. Ja. Mit dem Boden als... Rückhalt geht das schon. Das habe ich alles einkalkuliert. Verkleber. Bitte hilf mir! Der Schießt am neben. Ja. Na, der ist ja. Ein glattes Durchschuss. Oh ja, ja. Verdammt, ich habe auf nicht gezählt. Sorry, wofür? Ah! Er hat mich weggelegt, ne? Clem, geh in Seite! Go! Wollt's jetzt nicht wurscht ob die Schüsse oder der Generator jetzt die herlockt? Hmmmm, na schon. Denn das eine bringt noch dazu Strom. Sehr blöd dann noch. Und Zombies. Wir wollen nur Zombies, kein Strom. Oh, da schießt was aus dem Wald auch schon. Das sind die Maschinen, die werden Zombies. Die Dazit Zombies. Die haben wieder sauren Reiten. Ah, herrlich. Oh, der Kiesene. Ah, sie gehört dazu. Ah, sie gehört dazu. Ah, okay. Und du musst uns Essen geben haben. Sagt sie, hey, ich muss Essen geben. Kommt sie mit AKS wieder, ne? Hallo Leute. Wir wollen mehr. Aber die mögen sich ja nicht, ne? Ne. Aha. Angespuckt du das? Das ist immer gesund mit Typen, die AKS haben angespuckt. Sarah! 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 Ich darf deste. Ich darf unsere Position nicht grouped da. Aber die Tage schießt jetzt auch noch clues. Ach, deinen YouTuber aus. Oh. CHINGER! I don't know what to do. I haven't found anything yet. Yeah, let's go to the next one. What's going on? Let's go to the next one. Man, how the fuck are we going to cover these guys and look for them too? Johnny, cover that window! I think we'll see you later. I think we'll see you later. ... We'll see you later. ... ... ... was er bleibt so wird zu passen und mit dem Kind zu kriegen jetzt ist eigentlich super nicht mehr diese Ketten habe oder was er mehr sich vorher war es sei aber bei mir ist am Feuer ab zu mir ist sie ist gut bericht das ist die Woche also zu mir ist nur befreien werden er hat so gern auf unser Kind wir haben ein Nieder Oh, ich weiß nicht, dass du da bist. Oh, ich weiß, dass du da bist. Er wird ihn töten. Nein, Alvin. Wir müssen nach unten gehen. Ich kann das nicht tun. Zurück. Der Baby. Du brauchst einen Doktor. Nein, wo ist Logan Kenny? Wie soll ich wissen? Sie sind noch draußen. Sie können uns helfen. Der zweite Finger. Noch acht. Hast du ihn? Carver weiß sie ist mit uns. Stopp, Mutter! Mein Vater, bitte! Wir gehen nach unten. Er wird dich töten. Er wird dich töten. Er wird ihn töten. Clem, geh Hilfe. Er wird ihn töten, Bec. Er wird das auch immer tun. Du wirst das nicht wissen. Ich sag's gut, Carlos. Schau's gut. Schau's gut. Er wird ihn töten. Rebecca, wir müssen uns aufstehen. Bill, stopp! Oh, was er geht? Oh, was er gerade von? O, was er sag's ist? Wir müssen uns aufstehen. Er ist halt nicht... Oh, wie ist das? Was ist denn der Sinn? Clem, kannst du auf meine Hände? Brenn mich mit einem anderen Finger, bitte. Was ist denn der Sinn? Alles unter Kontrolle? Clem! Ich versuche es. Das ist der Sinn, der da ist. Da ist nichts. Da war Vince noch nichts. Geh nicht! Ich kann sie nicht sehen! Sie sehen! Nein! 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 Bitte stop! Das ist für unseren Mann! Jetzt wollte ich nicht das machen! Aber du hast mir keine Wahl! Also hier wird es passieren! Ich werde mit einem anderen von deinen Freunden hier und ich werde ein Blut in den Kopf legen! Oder du kannst es jetzt nicht! Deine Wahl! Genau! Wenn du aufgibst, die sind sowieso tot, alle! Hi Alvin! Du motherfucker! Alvin! Bill, nein! Sag ihm zu stoppen! Kann er zu stoppen? Du erinnerst, George, Alvin? Du siehst, wie ich mache. Ich erinnere mich von einem Mann, der dein Freund namens George. Ich erinnere mich, als du ihn in kaltem Blut verbringte. Und warum? Weil du mich nicht magst? Du könntest einen Klang haben. Du könntest... Du könntest einen civilen. Bill! Nein! Wir machen was, was du willst! Ich liebe dich zurück! Bill! Bitte! 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 Nein! Das ist der Klang. zekucke! Machen Sie zusammen! Bitte! Kenne! Halt dich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, das ist ihm Kenny seine Tante, ne? Kenny hat die andere Kante nicht gekannt, du musst das vielleicht nicht opfern, ne? Wir können das alle Nacht machen! Ist das was du willst? Wo ist Luke? Endlich, weg und weg! Warum bin ich nicht überrascht? Ich versuchte dich. Ich versuchte dich nicht zu folgen. Schau dir, wo er dich hat. Aber du bist sicher. Wir gehen nach Hause. Als Familie. Ha, ha, ha. Okay, rauf ihn auf. Wir gehen zurück zum Camp. Dass den Kenny nicht erschossen hat, er wundert mich. Nein! Wann mutieren wir endlich zum Mörder und bringen endlich einmal ein Mal ein Bum, als sie? Sie schließen sich mehr die anderen gegenseitig. Ich will auch einmal wen abgang... Tschüss, jetzt sind wir gefangen. Die Episode ist aber noch nicht aus, oder? Ich denke schon, aber ich weiß, dass einer von uns nicht einfach geflogen hat. Ja, ich weiß! Die Leute sind schmerz über was passiert. Aber wir müssen uns erinnern, diese sind unsere Brüder und Schäuze, und sie haben alle einen vitalen Rolle in dieser Gemeinde spielen. Ein bisschen wie der Gabiner. Ja, das bedeutet nicht, dass sie ihren Weg zurück in die Funde können. Das bedeutet nicht, dass wir es nicht finden, in unseren Hörten, um sie zu verabschieden. Keine Ahnung, voll gut. Diejenigen, die nicht akzeptieren unsere Liebe, sicherlich wünschen sie es. Eine Wunderschöne ist auf der Weg. Haben wir gemacht, die wenigsten offensichtlich, weil sie die Schule auf uns genommen haben. Who did you sit with a dinner? Cool, das haben viele gemacht. Totwater the truth, ja, das haben auch alle gemacht. Nix für Ed. Wissen wir nicht, was mit dem ist, ne? Oh ja, vergif nix, den haben wir gesagt, ne? Ach so, ja. Also, left to find Kenny. Ja. Es ist nicht schön, der Episode 2 ist, was wir schon wieder. So schon kann es gehen. Ja. So haben wir es weitergeht. Bis zum nächsten Episode. Bye. Bye, Clar怪. Bye. Bye. Bye.